Hey und herzlich willkommen zu Part 40 von der 100 Baby Challenge. Sims 3 100 Baby Challenge. Wir sind hier zurück bei Familie Comments. Und ja, gerade stehen alle auf, weil wir haben 7 Uhr in der Früh. Wie man natürlich an diesem Wecker dort... Och, guck mal, es ist tatsächlich fast 7 Uhr. Funktioniert diese Uhr tatsächlich? Die läuft ja tatsächlich... Oh mein Gott, das ist mir noch nie aufgefallen. Ist ja krass. Naja, auf jeden Fall steht Robin hier gerade auf und muss gleich zur Schule. Und er ist heute ein bisschen schnippisch drauf, wurde mir gerade gesagt. Ja, deswegen kann es sein, dass er heute mal die Schule schwänzen möchte. Natürlich. Kannst du machen, junger Mann. Mach mal dein Bett, danach darfst du die Schule schwänzen. Also erstmal ein bisschen lieb und dann darfst du die Schule schwänzen. So, mach dein Bett, damit dein Wunsch in Erfüllung geht. Schöne Schlappen übrigens. So, kann dein Wunsch dich entfüllen, bitte? Bitte schön, gern geschehen. So, und der Deal des Tages ist, dass wir endlich Jake Patterson um den Finger gewickelt bekommen. So, äh, jetzt muss ich ja kurz mich hier organisieren. Wer braucht was, liebe Kinder? Wer braucht was? Du gehst hier auf das eklige Klo und gehst danach duschen. Und, äh, oh, sie braucht auch dringend eine Dusche. Dann gehst du einfach bei deiner Mama in die Dusche. So, bitte schön. Und dann kannst du direkt bei deiner Mama aufs Klöschchen gehen. So, und deine Schwester braucht auch eine Toilette, aber die können erstmal was essen. Geh erstmal Weintraube essen. Weintraube. Weintraube Pfannkuchen. Und sie möchte geimpft werden, weil die sich nämlich alle krank fühlen. Leider haben wir kein Geld für eine Impfung. Deswegen werden wir einfach weiterhin krank. So, und, äh, Tobi gönnt sich einfach mal... Ja, was ist denn das? Gefrorenes Hirn à la Mut. Habe ich noch nie verstanden, was das soll. Was das sein soll. Was Sims sich dabei gedacht hat. Keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich bin da so ein bisschen ratlos. Wir haben übrigens heute immer noch Sonntag. Ich habe gerade den Einfach-Tierisch-Part aufgenommen. Und, ähm, ja. Wer sitzt denn auf der Couch? Ach da, Slady! So, und ich habe mir nämlich auch gedacht, im letzten Einfach-Tierisch-Part habe ich nämlich gerade hat, äh, Kato, also der Hund, ähm, der kann ja auch jagen. Und der hat einen Asteroiden gefunden. Oh nein, das kommt jetzt gerade ganz schlecht. Er hat einen Asteroiden gefunden. Äh, und der war 4000 Simulons wert. Und deswegen muss Lady jetzt auch mal ein bisschen hier... Sie kann doch auch jagen, ne? Ja, wusste ich doch. Und deswegen muss sie jetzt auch mal hier ein bisschen auf, äh, Suche gehen, damit wir auch ein bisschen Geld bekommen. Lady, häng dich doch mal ein bisschen rein. So, und, äh, Malia ist ja immer noch im Bett. Sie müssen jetzt gleich mal aufstehen, dann muss sie den guten Jake mal anrufen. Erstmal schicken wir ihm eine freundliche Nachricht, um zu sagen, hey, Jake, du bist echt ein sexy Typ. Kommen wir uns mal treffen. Und dann rufen wir den nochmal an und sagen, hey, Jake, du bist echt ein sexy Typ. Komm rüber. Und dann kommt er hoffentlich. So, äh, Tobi hat aufgegessen. Brauchst du noch was, mein Kerl? Ja, ne Dusche. Dann geh du doch jetzt mal hier in die Dusche. Nicht säubern. Braucht man nicht sowas. Oh shit, der Bus ist schon da. Okay, dann gibt es doch keine Dusche für dich. Äh, und keine Toilette für dich. Und keine Toilette für dich. Ups. Und du hast keinen Bock auf Schule, ne? Du schwänzt heute. Deine Mutter schläft eh noch. Deswegen macht das gar nichts. Oh. Was? Wer ist denn noch krank? Du bist auch krank, dann bleib doch auch zu Hause. Hey, das wusste ich nicht. Oh mein Gott. Wie krass ist das denn? Ja, dann geh schnell auf Klöchen, sonst pinkelst du dich gleich ein. Schnell. Okay, dann haben wir heute zwei kranke Kinder zu Hause. Äh, er steht hier vor und begutachtet Lydia's Werk. Verkauft das Werk mal. Das haben wir ja schon mal gehabt, deswegen kann er das ruhig nochmal verkaufen. Dann kriegen wir ein bisschen Geld. Und dann können wir uns nämlich eine Gitarre für den guten... ...Robin leisten. Er wünscht sich ja schon die ganze Zeit eine Gitarre, damit er damit auch mal ein bisschen was erlernen kann. Und damit kann man ja auch Geld verdienen, deswegen ist das gar nicht schlecht. Kriegt er jetzt einfach hier die günstigste Gitarre, kriegt er eine weiße. Die können wir dann vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen verändern. So, hat er hier jetzt seine Gitarre. Ich hoffe, ich habe ihm noch keine gekauft. Das wäre richtig dumm. Dann würde ich mir selber sowas von einem ausspeisen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Yes, alles gut. Okay, dann spiele mal hier mit deiner Gitarre jetzt, ne? Erfreue deine Mutter ein bisschen. So, wer ist jetzt zu Hause? Ginny. Ginny ist zu Hause geblieben. Sie ist heute krank. Und sie hat immer noch Angst. Tobi Gammes benimmt sich aber echt gruselig. Ja, toll. Jetzt schwänzt er nicht mal, weil er krank ist. Oh, er hat jetzt direkt Level 3 erreicht, weil er als Kind ja dieses Xylophon gespielt hat. Das ist richtig gut. So, du, was ist, was ist denn so deine Leidenschaft? Athletisch, Snob und Einzelgängerin. Wie wäre es denn, wenn du athletisch bist, dann, ich könnte euch, wenn ihr genug Platz habt, könnte ich euch eine Ballettstange hier installieren. Vielleicht passt die hier sogar hin. Das wäre doch cool, oder? Was ist denn die Ballettstange hier? Oh, guck mal, wie cool ist das denn? Dann gibt es jetzt hier eine rosa, gibt es keine weiße? Ist die Silber? Ja, die ist auch cool. Dann gibt es jetzt hier eine silberne Ballettstange und dann kann sie jetzt hier ein bisschen Ballett machen. Das ist doch cool. Komm her, trainier ein bisschen. Ne, wärme dich erstmal auf. Aufwärmen ist wichtig, Leute. Sonst zerrt ihr euch Dinge. Und Dinge, die ihr nicht zerren wollt. Hast du, was hast du denn für ein cooles Outfit? Hast du denn auch ein Outfit, was nach Ballett aussieht? Oh, ich könnte sie ja auch in der Schule im Ballett anmelden für außerschulische Aktivitäten, weil sie hat ja noch ein bisschen Zeit als Kind, ne? Dann macht Malia das jetzt gleich mal, wenn sie mal aufgewacht ist. Mach jetzt auf, girl. So, Ginny, zeige dich in deinem Athletik-Outfit. Du trainierst nicht so. Sehr gut. Uh, was habe ich denn da mir gedacht? Das ist doch keine... Nina, was soll denn der Schüssel? Komm, wir geben ihr jetzt mal einen Makeover. Also zumindest ein anderes. Sie bekommt jetzt ein anderes athletisches Outfit, damit sie auch aussieht wie eine Ballerina. Ein Tutu habe ich, glaube ich, nicht. Tütü. Das müsste ich mal suchen. Wenn jemand von euch ein Cost & Content Tütü irgendwo her hat, dann schickt mir gerne den Link oder so. Das wäre voll cool. Und das wäre doch was, was ich noch brauche in meinem Leben. Es ist überlebenswichtig. So, hier gibt es auf jeden Fall nichts. Ich brauche mal so eine Leggings oder so. So eine... Die hier ist nicht schlecht. Ja, definitiv. Eine... Eine Leggings. Sowas. Oh, die hat da hinten dieses Schleifchen. Aber ist ja eigentlich auch nicht übel, ne? Wenn wir die so rosa machen, das wird jetzt so mega girly. Ich weiß, ist ein bisschen sexistisch. Aber manchmal bin ich da so angehaucht. Ich habe da eh so ein bisschen... Äh, ich will diese Diskussion gar nicht starten. Aber ich bin halt so eingestellt, dass ich gerne rosa Mädchen mag. Ich meine, meine Lieblingsfarbe ist blau. Also kann mir keiner was, dass ich sage, blau ist nur für Mädchen... Äh, nur für Jungs. Aber manchmal mag ich so ein bisschen dieses girly girly girl. Äh, ja. Das ist doch süß mit den Schleifchen, oder? Ja, das passt gut in ihr Ballett-Outfit. Und dann braucht sie jetzt noch ein cutes Oberteil. So Schleppchen habe ich auch nicht, oder? Ah, doch! Ich glaube, es gibt so Schleppchen. Warte, ich gucke jetzt sofort. Ähm, das ist natürlich süß, ne? Das passt zum Ballett ein bisschen zumindest. Sowas. Uh, eventuell, ja. Eventuell. Sowas passt auch zum Ballett. Na, doch nicht. Doch nicht, doch nicht. So, ich glaube, das passt auch am besten. Obwohl, diese haben die doch auch immer beim Ballett an, oder? Aber da ist so ein bisschen baumfrei. Äh, mein Leben ist so scheiße. Nein, Spaß. Äh, jetzt bin ich am Struggle, ne? Nehme ich jetzt so eins. Oder so eins. Wie kommen... Ich nehme jetzt das Top in weiß. Damit es ein ganz weißes Outfit anhat. Und jetzt machen wir so ein bisschen rosé. Ein bisschen rosé machen wir das. Ganz leicht rosé. Ja, ist schön. So, und jetzt gucken wir, ob wir hier auch so Schläppchen haben. Diese meine ich. Sieht doch aus wie so... Sieht doch aus wie Ballerina-Schläppchen. Oh mein Gott, sie hat ein Ballerina... Oh, sie braucht noch einen Dutt. Lina, du dumme Sau. Ach, Mann, oh. Ich bin der dumme Sau. Die Musik ist ein bisschen laut. Okay, sie ist wieder da. Also wieder weg meine ich. So, jetzt darfst du dein Ballett machen. Aber erst, wenn ich ein Foto mache. Ah, das ist cool. Das habe ich auch viel zu selten erst benutzt. Das ist übrigens aus dem Sims 3 Store, glaube ich. Meine ich zu wissen. Oh, und guck mal. Äh, Kay... Ne, wie heißt er? Robin macht die Hintergrundmusik. Oh, wie cool. La, 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 la. Ich bin eine... Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, ah, üh, ah, üh, öh, öh, alles gut. Ich bin eine wundervolle Ballerina. Wow, du bist so gut. Bringt dir das eigentlich auch wirklich athletische Punkte? Eigentlich hat es doch das immer gebracht. Okay, anscheinend nicht. Aber vielleicht auch nur, wenn sie trainiert. So, Malia, bist du wach? Hast du deinem Schätzchen eine Nachricht geschickt? Und jetzt rufe ihn mal an und frage ihn, ob er nach Hause kommen möchte. Äh, nee, wir können jetzt nicht nach Ägypten oder Schiene reisen. Oh, ich muss ja jetzt aufpassen, ne? Meine Videos wurden ja gesperrt, weil Sims in Unterwäsche auf dem Thumbnail waren, ne? Soll ich jetzt ein bisschen aufpassen hier. Klar, ich kann gleich mal rüber. Yes, Jay kommt gleich mal rüber. So, Jenny hat den Plié gelernt. So, dann warte. Meld dein Kind jetzt mal eben noch. Außerschulischen, äh. Ähm. Tu es. Ich möchte es. Ne, das kann auch, äh, Robin gleich machen. Dann isst du jetzt erstmal kurz was. Und Robin kann dann gleich, wenn er fertig da rumgejizzelt hat, kann er... Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ah, okay. Es können doch nur Erwachsene machen. Dann muss Lydia das machen. Sie schläft noch? Sie ist die ganze Zeit im Haus? Oh mein Gott, ich dachte, sie ist mir irgendwie nicht da. Ups. Okay, wenn sie dann jetzt aufwacht, sie ist jetzt auch wach, dann kann sie mal wieder malen. Und zwar ein mittelgroßes Bild. So. Du kannst dann essen. Und dann können wir die Gute gleich auch... Was denn? Ist doch alles, alles gut hier. Komm raus. Komm hier hin. So, und hol dir was zu essen. Hol dir ein Stück Kuchen dann halt. Och, du nervst. Dann hast du nicht noch was im Inventar. Dann ist halt... Ne, ein Pilz am besten nicht. Schnappierung kannst du essen. Ist ein Schnappierung. Ach, tut sie schon. Okay, alles gut. Ist halt noch ein. So, die können wir... Oh. Was los? Die können wir verkaufen. Vielleicht, äh... Oh, Diamant-Edelstein-Staub. Ähm. So. Hey, Boy. Dann flirten wir ihn doch direkt mal... Ne, machen ihn an. Hör auf an, unseren Computer zu gehen. Oh, Ginny kann schon eine Pirouette. Das ging ja flottiger Loppi hier. Ginny, trainiere jetzt auch mal. Hör auf, dich aufzuwerben. Und trainiere. Oh, sie hat ja doch Fortschritte gezeigt. Na gut. Ey. Warum wollte er das nicht? Fand er das nicht so witzig? Probiere ich jetzt nochmal, ob er das witzig findet oder nicht. Mach ihn an. Los. Und vielleicht sollten wir erstmal langsam anfangen. Ist erstmal ein bisschen witzig. Sag einfach so, hey, das ist mein Sohn. Also, der da an Gitarre spielt. So. Erzähl ihm eine ganz, ganz witzige Geschichte. Ich sehe gerade, dass hier eine Überflutung ist. Im Bad. Natürlich traurig. Ach, hier ist ja auch noch ein Bad. Habe ich ganz vergessen. Sie hat den Eschape gelernt und kann ihn nun anderen zeigen. Wow. Eschape. Warte. Warte mal, ich bin verwirrt hier. Alle sind beschäftigt. Mensch, Nina, guck mal. Ich habe alles unter Kontrolle. Habt ihr das jemals gesehen, dass ich alles unter Kontrolle habe? So, und dann erzähl ihm jetzt, schneiden ihre Masse mit ihm. Und dann erzähl ihm noch eine lustige, nicht ein lustiges Video. Erzähl ihm noch eine lustige Geschichte. Aber ich glaube, das fand er gerade nicht so witzig. Und deswegen ist unsere Freundschaft ein bisschen, hat ein bisschen drunter gelitten. Aber so in dem Flair hier von den gammeligen Hotdogs ist das auf jeden Fall, das hat einen guten Einfluss auf ihn. Und dazu dann noch ist ihre Unterwäsche. Alles super. Dann erzähl ihm doch jetzt mal deinen super mega witzigen Witz. Und blödeln noch ein bisschen herum und schneiden ihre Masse und erzähl ihm einen Insider-Witz. So, und dann gucken wir nochmal hier bei Ginny, was sie denn... Oh! Wow! Du hast ja wirklich jetzt was drauf! Okay, das hätte ich nicht gedacht, dass das... Oh nein, dass das so schnell hier geht. Da muss ich ja gleich nochmal ein Fortschrittbild machen. Was du hier für Fortschritte machst in so einer kurzen Zeit mit deinem Gestank. Cool. Ihre Form ist schon viel besser geworden. Oh, wow! Cool, Ginny! Das finde ich echt super. Das kannst du deiner Schwester zeigen, sobald sie nach Hause kommt. Äh, was? No! Please stay! Stay with me! Cause you... Okay, flirt ihn an. Vielleicht findet er das nicht so witzig, aber wir sehen. Wir werden es sehen. Jay, komm! Komm! Alles, alles gut. Ja! Yes! Yes, 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 yes! Yes! Yes, 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 yes. Okay, ähm, gib ihm Blumen, auch wenn wir nicht so viel Geld haben, gib ihm freundliche Gelb... Gelb... Freundliche Gelbblumen. Gib ihm freundliche Gelbblumen. Nein, keine Zeitung jetzt. Oh, Lady, du bist wirklich süß, aber wir müssen, wir brauchen ein neues Baby in der Familie. Mach ihm ein Kompliment über seinen Charakter. Ein Kompliment über sein Aussehen. Und, ähm, irgendwie hab ich das Gefühl, es wird immer weniger hier Beziehung. Was soll das? Dann massier ihn unvergesslich und, äh, umarm ihn verliebt. Jake hält mal hier ja für ab... Nein! Nein, stopp, stopp, stopp. Alles gut, alles gut, Boy, alles gut. Okay, wir versuchen es jetzt nochmal. Umarm ihn vielleicht verliebt. Nein! No! Okay, ganz, ganz ruhig. Wir bleiben alle ganz ruhig. Wir bleiben ganz ruhig. Ähm, wir flirten ihn nochmal an. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, scheiße. Ich krieg ja nichts auf die Kette, ne? Was soll das denn immer? Warum seid ihr alle so gemein zu mir? Dann sei noch ein ganz klein bisschen lustig mit ihm. E2-Witzbolde. Warum hab ich so viele... Oh, ich dachte grad, warum hab ich so viele tote Menschen in meinem Inventar? Aber es sind unsere Kinder. Und das klingt absolut gar nicht makar, aber... So, äh... Tobi und Hanna müssten auch gleich mal aus der Schule kommen, ne? Ja, die müssen gleich mal kommen. Blalalalalala! Hast du auch mal Hunger oder nicht so? Aha. Okay, es geht bergauf, Freunde. Es geht bergauf. Alles gut. Oh, er hat Level 4 erreicht. Und direkt mal kein Bock mehr. Das ist deine Gitarre. Du kannst sie gerne auch in dein Inventar tun, wenn du willst. Das ist deine. Bitteschön. Schenk dir die Stille. So, und dann erzähl ihm noch einen Witz. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Nein. Lady. Lady, du bist grad viel am Platz. Äh, Hannah. Ähm. Hannah. Ähm. Hannah. Hä? Hä? Das war alles fresh. Spiel, was erzählst du mir da? das Kind würde in den Club gehen. Das ist eine Lüge. So, die zwei sind jetzt hier wieder ein bisschen besser befreundet. Versuchen wir das Ganze jetzt nochmal ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Warum bist du so? Stop it. Oh, wir haben aber, glaube ich, was dazu bekommen. Dann erzähl mir jetzt halt nochmal eine lustige Geschichte. Ich hoffe, du findest uns nicht langweilig. Okay, und dann mach ihm einfach nochmal ein Geschenk, weil ein Geschenk findet jeder schön. Please stay. Oh, Robin ist zu spät zur Arbeit gekommen. Oh, ich wusste es, dass Blumen jeder toll findet. Bitteschön! Okay, okay, alles fresh. Kinder, geht aus dem Weg. Eure Mutter muss sich hier ein Boy klären, okay? Yes! Okay, wir haben ihn an der Angel. Er ist an unserer Angel. Er ist am Angelhaken. Okay, ähm, ganz ruhig jetzt. Mach ihm ein Kompliment. Robin, geh einfach zur Arbeit! Was tust du? Geh zur Arbeit, nicht zur Schule. Geh zur Arbeit. Oh mein Gott! Nein, 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 nein. Du gehst nicht nach Hause. Willst du mich? Willst du mich? Nein. Jake? Jake? Oh, ich dachte schon, wenn wir nach Hause gehen. Okay. Äh, Jake hat fast Hausarrest. Was tust du? Mann. Diese Familie. Ich hab eben noch gesagt, dass ich alles unter Kontrolle hab. Und jetzt? Okay. Wir kriegen das wieder hin. Alles gut. Komm, mach mit. Ja, okay, alles gut, alles gut. Das ist meine Mission. Ich brauche heute seinen Samen. Jeder lass es einfach. Okay, okay, wir haben ihn. Wir haben ihn, wir haben ihn. Wer ist hier an unserem Telefon? Wir brauchen keinen anderen Mann. Smartphone, ignorieren bitte. Ignorier es. Okay, weiter, weiter, weiter. Macht weiter. Ja, ist gut. Robin! Geh weg. Okay, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Äh, wirf ihm einen Kuss zu. Wir schauen, wie er das finden wird. Hoffentlich findet er das gut. Okay, okay, okay. Alles gut. Nein, er bräuchte dich. Kapitän. Uh. Okay, okay, er findet es gut. Er findet es gut. Alles gut, Leute. Beruhigt euch, beruhigt euch. Äh, gestehe ihm, dass du dich angezogen fühlst. Und, äh, zwinke ihn an. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig, alles. Oh Gott, warum bin ich immer so aufgeregt? Das ist wirklich eine Kunst. Oh, sie hat Jake ihre Gefühle gestanden. Uh, wow. Malia hat eine Romanz. Oh, 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 oh. Okay. Dann flüster ihm ins Ohr. Äh, spring in seine Arme. Und dann küss sie ihn. Bitte nimm es an. Machen die mal. Du bist der Einzige für mich. Yay. Und Lydia denkt sich nur so, Alltag bei meiner Mutter. Alltag. Äh, okay, okay. Jetzt, äh, knutsch drum. Küss ihn. Und schmuss mit ihm rum. Und dann werden wir in die Dusche gehen und ein Baby machen. Das ist am einfachsten. Äh, okay, sie will nicht in diese Dusche, weil sie zu dreckig ist. Ist sie sauberer? Yep, die ist sauberer. Dann geht hier oben hin und macht ein Baby mit Jake. Nein, du kannst jetzt nicht pinkeln gehen. Bitte, bitte lass es zu. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Yes! Und bitte lass es sie schaffen, bis nach oben zu kommen, ohne dass ein Kind in die Quere kommt und irgendwas will. Oder irgendein Hund. Okay, okay, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Malia, geh die Treppe hoch. Er ist schon oben und wartet auf dich. Oh, Tobi, was ist los? Oh, Tobi ist ein bisschen schlecht gelaunt hier. Ist ein bisschen müde, hat ein bisschen Hunger und ein bisschen von allem. Lydia, du kannst es mal ein bisschen hier sauber machen. Mach mal die Dusche sauber. Mensch, hast du schon irgendwas geleistet heute? Nö, nur gemalt. So, hat sie es geschafft. Und jetzt lass es bitte klappen. Ja, ja, alles gut, Leute, alles gut. Alles gut. So, und jetzt kannst du dich direkt wieder von ihm trennen. Damit wir das Ganze hier in der neuen Stadt schön beenden können. Tut mir sehr leid, Jake. Du warst echt ein toller Kerl, aber das wird mir einfach zu viel. Ich wollte hier einen Neuanfang starten und da kann ich einfach keinen Mann gebrauchen. Es tut mir so leid. Vielleicht nächstes Mal. Oder never. Hey, komm runter. Alles gut, alles ist gut. So, und jetzt bitte verlass mein Haus. Bitte geh. Bitte geh. Bitte geh. Warum ist hier eigentlich kein Licht drin? Oder warum ist das Licht nicht an? Ich brauche Licht für meine Bilder, okay? Geh an. Ist sie eingeschaltet? Ausschalten dieses Licht. Einschalten dieses Licht. Okay. So, das ist ein Licht. Hä? Anderes Licht, siehst du das? So etwas nenne ich Licht. Okay, Lumos Maxima. Ich brauche noch ein Bild vom Opfer. Auf Wiedersehen. Es war schön mit dir. Du warst ein guter Loverboy. Tschüss. Ich pisse mir nämlich in die Hose. Yeah! Yeah! Malia ist endlich wieder schwanger. Und guck mal, wie stolz er ist. Oh mein Gott. Malia, mach hin. Du pinkelst dir in deine Hose. So, geh schnell auf die Toilette. Was ist denn hier jetzt alles kaputt? Die Dusche ist kaputt, ne? Wer hat denn hier ein bisschen Fähigkeiten? Okay, Malia hat Fähigkeiten. Dann sollte sie danach vielleicht die Dusche reparieren, nachdem sie gepinkelt hat. Jake, du sollst mein Haus verlassen. Verlass das Haus. Hat Lydia jetzt eigentlich heute hier ihr Bild zu Ende gemalt? Oh, ja, hat sie. Oh, cool. Das ist echt cool. Okay, 260 Simulions. Oh, sie ließ den in den Schlaf. Süß. Tobi geht es immer noch so schlecht. Aber weil hier alles rumsteht und stinkt und weil er müde ist, das kriegen wir in den Griff. So, Malia ist jetzt schnell auf die Toilette gegangen und macht jetzt hier sauber. Lydia, du sollst das Kind... Oh. Oh, guck mal. Lady liegt hier auch auf dem Bett. Und ich hab mir gedacht, dass wenn... Äh, also ich will ja ein neues Haus bauen, ne? Ihr wisst ja das schon, dass ich nicht lange in einem Haus leben kann. Und dann hab ich mir gedacht, dass wir Malia so eine richtige Liebeshöhle bauen. So. Äh, ihr kennt ja wahrscheinlich das Accessoire Pack Traum Suite Accessoires, heißt das, glaube ich. Und da sind ja so ein paar Sachen dazu gekommen, wo das dann so ein bisschen wie so eine Liebeshöhle aussieht. Und das will ich machen. Ähm, weil sie hat ja noch ein bisschen Zeit, bis sie zur Seniorin wird. Und bis dahin werden wir hoffentlich noch ein paar Babys machen. Und, äh, ja, deswegen werde ich das dann im neuen Haus machen. Wie findet ihr das? Ich find das mega cool. So, du kannst dann hier schön schlafen. Und, äh, Lydia... So, Malia, du reparierst das gerade, ne? Alles cool. Dann kannst du danach hier aufwischen. Das ist mal wieder hier so ein, ähm, Organisationspart. Aber es ist super, super cool, dass wir endlich, ähm, dass wir endlich wieder es geschafft haben, ein Baby zu machen. Die ganze Zeit läuft hier der Fernseher. Rechnung wahrscheinlich wieder auf 1000 Euro. Das erleichtert uns auf jeden Fall das Leben um einiges. Und ich glaube, dass Lydia jetzt bald mal ausziehen muss. Ich mein, jetzt hab ich ja den Story Progression Mod installiert. Und dadurch wird sich ja alleine ihr Leben weiterentwickeln. Und sie wird alleine Sims, äh, kennenlernen und sowas. Deswegen, ich glaube, ich glaube, wir lassen sie jetzt ausziehen. Ähm, ich weiß, dass es vielleicht viele doof finden werden. Aber, ich mein, es wird jetzt noch ein neues Kind dazukommen. Und bei der 100 Baby Challenge ist das halt so, dass normalerweise, sobald, äh, Teenager erwachsen sind, dass sie dann ausziehen. Und ich glaube, Lydia hat jetzt schon lange genug in unserem Haus gelebt. Sie hat einfach noch ein bisschen Zeit gebraucht, das alles zu verarbeiten mit, äh, Caleb auch. Und, ähm, jetzt in einer neuen Stadt sich ein bisschen einzuleben. Aber jetzt sind wir ja schon ein paar Tage, aber, ähm, hier sind es natürlich Wochen. Wochen in dieser Stadt. Und, äh, sie hat sich ein bisschen eingelebt. Und ich glaube, es wird Zeit für sie, ein Zuhause zu finden. Ähm, wahrscheinlich werden wir keins finden, weil wir kein Geld haben. Aber, können wir uns ein Erbe leisten? Nein, ich glaube nicht. Oh nein, das ist nicht für sie von mir. Oh nein, für sie auch nicht. Ich guck mal, aber ich glaube, das kostet 25.000 oder sogar 30.000. Ja, 30.000, shit. Ha, was könnte denn passiert sein, dass wir ein bisschen Geld bekommen haben? Weil ich möchte sie ungern rauswerfen. Hat sie denn alles, was sie so hatte? Ja. Äh, wenn ich sie rauswerfe, dann weiß ich nicht, wo sie platziert wird. Und, ich möchte sie schon gerne, obwohl, warte mal, wo ist denn hier da? Innerhalb dieser Stadt. Äh, obwohl sie wird ja dann schon irgendwo auf jeden Fall platziert. Ist ja nicht so, dass sie dann auf einmal obdachlos ist, oder? So, jetzt hat sie da schon mal 7- und 8- und 8- und ich habe wohl auch dazu bekommen. Und da ist der Hirsch ihrer Zukunft. Puh, das war heftig. Ich schätze, so sind Teenager nun mal. Yep. Ha, das ist mal. Okay. Äh, so, gucken wir mal, ob wir uns was leisten können. Nein. Kann ich hier auch Free Real Estate machen? Ich weiß, das ist Cheaten, aber wir tun einfach mal so, als wenn Lydia sich da was... Oh, wie geht das denn nochmal? Free Real Estate. Geht das so? Nein. Hier zwischen? Nein, auch nicht. Äh, hier zwischen? Nein, auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Äh, okay, dann schmeißen wir sie jetzt einfach raus und gucken, wo sie landet, oder? Irgendwo wird sie ja, wird sie ja schon platziert. Ich hoffe, sie wird irgendwo platziert. So. Tschüss Lydia, es war schön mit ihr. Ähm. Spiel? Ja, das ist unser neuer Haushalt. Die Habseligkeiten von... Nein! Mann, sie sollte das doch mitnehmen. So, jetzt müssen wir erstmal direkt gucken, wo sie wohnt. Keine Ahnung, wo sie wohnt, aber ich werde es herausfinden. Och, Mann, Spiel, mach hinne. Wie viel haben wir denn? 17 Uhr. Alles gut. Mal ein Schlückchen trinken hier. So, ich weiß nicht, wie man herausfinden kann, wo Sims wohnen, aber zum Glück haben wir noch nicht so viele Freunde in der Stadt, ne? Äh, ist sie mit Lydia befreundet? Ja. Deswegen müssten wir eigentlich sehen können, wo sie wohnt. Ähm. Äh. Äh. Häuser von Freunden. Und sie hier? Und sie da? Warte mal. Wo ist hier der... Dieser... Wie nennt man das nochmal? Dieses Anrufdingsbums? Lade bitte. Hast du geladen? Ich möchte jemanden besuchen. Warte mal. Ich bin so doof. Lydia ist ja nur auf dem Grundstück hier. Okay. Wir werden sie jetzt einfach verfolgen. Ich hoffe, das klappt. Ich nehme dabei mal nicht auf, weil das ist ja ein bisschen dumm. Ich zeige euch dann gleich versuchen. Okay. Okay. Das hier ist anscheinend Lydias neues Zuhause. Davon müssen wir natürlich auch ein Bild machen, wie sie hier mit ihrem Waschbär einzieht. Mein Spaß. Äh. Das sieht auf jeden Fall ganz schick. Das sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Hier City Living. Ich denke mal, ich werde das dann auch noch ein bisschen einrichten und dann so ein bisschen nach Lydias Stil dekorieren und sowas. Und im nächsten Part werden wir sie dann vielleicht mal besuchen gehen. Oh, guck mal. Sie ist jetzt zu Hause. Wie cool. Für Stadtgass. Aha. Okay. Okay. Das ist anscheinend jetzt wirklich hier. Geht zu Hause. Oh. Lydia, du hast es weit gebracht. Wo ist denn hier dieses Anrufding? Warum kann ich das nicht sehen? Okay. Tschüss, Lydia. Sie ist auf jeden Fall ausgezogen. Oh mein Gott. Wie krass. Unser erstes Kind ist ausgezogen. Ich hoffe, ich habe in diesem Part dran gedacht, hier mal anzuzeigen, wie viele Kinder wir insgesamt haben. Ich schaffe es einfach nicht. Oh. Okay. Und direkt mal, sie ist ausgezogen und direkt schafft sie es endlich mal hier, ihre Fotografenfähigkeit vorzuführen. Weil das hat sie ja die ganze Zeit nicht geschafft, während sie bei uns gelebt hat. Sie möchte Kenneth gratulieren. Wer ist denn Kenneth? Kenneth. Kenneth. Kannst du gerne machen. Ähm. Was war das? Sind das Aliens? Oh mein Gott. Hey. 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 Wer will sie mal begrüßen gehen? Wer ist denn wach? Okay. Warum bist du wach? Bist du so früh schlafen gegangen? Oh. Ja. Okay. Dann geh sie mal begrüßen. Sag mal. Hey. Na. Was geht ab in der Klappe? Zeigen? Stand da zeigen. Ach so. Ich kann ja jetzt Pirouetten und sowas. Komm. Geh mal. Oh mein Gott. Das ist so gruselig. Geh mal Hallo sagen. Dem Alien. Hoffentlich entführen sie dich nicht. Und wenn sie dich entführen, bringen sie dich hoffentlich wieder. Das wäre wirklich schön. Weil. Äh. Ja. Dann sind es noch ein Kind weniger. Das wäre tragisch. Hey. Äh. Yumai. Waiyeyo. Wo? Na? Ich will dir zeigen, wie ich den Eshapee mache. Look at me now. Oh. Nein. Kommt er jetzt. Oh. Oh. Zum Glück. Okay. Sie darf nicht reinkommen. Das ist schon richtig so, Ginny. Fremde Menschen dürfen nicht ins Haus kommen. Okay. Äh. Ich muss den Part jetzt mal an dieser Stelle werden. Ich laufe schon wieder viel zu viel Müll. Der Part war auf jeden Fall super, super erfolgreich. Lydia ist ausgezogen. Und wir. Also Malia ist endlich wieder schwanger. Das ist super großartig. Und ich freue mich schon auf den nächsten Part. Und ihr könnt mir ja natürlich jetzt wieder unter diesem Part hier schon Namensvorschläge schreiben. Obwohl, der wird ja noch nicht im nächsten Part geboren, das Kind. Aber egal. Und ich wollte euch auch nochmal dran erinnern, weil viele wahrscheinlich jetzt auch erst dazugekommen sind. In diesem Let's Play nehmen wir nur Namen von Büchern, Serien, Filmen und sowas. Und dann müsst ihr mir halt immer dazuschreiben, von welchem Film oder Bücher oder Serie der Name ist. Also wie zum Beispiel hier bei, äh, wer ist das gerade? Ginny Harry Potter, ne? Ja. Okay. Ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.